Hallihallo alle zusammen, wir spielen wieder eine Runde TTT mit ganz vielen Leuten, die hier in der Tab-Laste sind. Das sind Dardosh, Krenz, Krenz, Dalu, Kapuze, Maxi, Good Gaming, Ernie und ich. Hallo! Da wurde falsch rumgezählt. Das war nicht okay, das war falsch Kapuze. Good Gaming ist es... Was? Good Gaming, bewachst du mich ne Sekunde? Die Portal kann nicht verboten! Die ist verboten! Nein, ich pass schon auf, ich pass auf. Heute ohne Traitor-Items. Hat mein Garrysmot nicht als Spiel erkannt. Er hat ne Schildkröte geworfen. Was? Böse Schildkröten? Ja. Die macht dich völlig da noch. Wo ist hier der Rechner? Das ist doch keine Schildkröte, Karosch, das ist ein Stuhl. Wo ist der Rechner? Schildkröte in die Menge! Ich hab Angst vor der Eisli. Ich glaube, du siehst es. Ich glaube, du bist es. Schildkröte in die Menge! Äh, Good Gaming, was ist denn mit deinem Kamerl? Ey, Nils hat ne verbotene Waffe, freizem Abschluss. Das ist wohl nicht so der Beste, wa? Marc Lies! Warte mal! Ey! Das ist aber auch... Das ist aber auch gefährlich, ne? Das... Das Portal... Das war ja direkt über der Traitor-Falle. Das ist Nils jetzt schuld, ne? Ja. Dann zahlst du und die Zeit von uns. Aber auf den... Auf den kleinen, äh... Werden doch Zeit bezahlt. Mhm. Da alle bezahlt, also na. Werden bezahlt? Ja. Ja, außer... Was mach ich da hinten? Alle, die am Ende einen Kamerl von 1.000 haben, deswegen muss ich schon seit drei Jahren... Alle die Videos zahlen. Du bist der Frist. Kann das sein? Jetzt steht McFly hier, um versucht nen Prop durch das Ding zu werfen. Ich bin nur Freak. Der will doch hier den, äh... Ey, warte mal, Grant, hast du deine Hand? Oh, nix! Grant, hast du ein Messer gemacht? Nein, 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 nein. Ja, 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 ja. Nein, doch ab! Was macht das denn? Hier fliegt ne Diegel! Das bin ich! Dalu, warum? Siehst du mich ehrlich nicht? Ah, ich werde... Siehst du mich jetzt wirklich nicht? Da fliegt nur ne Schiegerst. Ich bin ein... Welches Item hat das denn? Na, Dalu ist unsichtbar! Wie unfair! Welches Item hatten das damals verbuggt? Äh, das war die... Die Hovergranate, was macht die? Was macht die? Die Hovergranate, was macht die? Die Hovergranate, was macht die? Nein, das macht der Prop Disguiser. Die Hovergranate geht nicht. Ja, der Prop Disguiser war das. Stimmt, aber den hab ich nicht benutzt in der Warm-Up-Phase. Guck, der Schade ist jetzt drin, oder nicht? Äh, Schade? Ich sieh's gut! Teleport! Oh Gott, Dardosch ist hinter mir her. Hier, dreh dich um! Warte, ich bin mit Crabs im Loo... Ähm, Crabs mit Crabs im Aufzug! Im Luft! Ist im Luft! Crabs, bin ich im Aufzug? Ist im Trait-Eingang? Hallo! Crabs, bist du? Nein. Ja! Nein! Nein! Na gut, dann glaub ich dir das. Ach, Kapuze ist ja nicht mehr Detective. Ich glaub, das ist Crabs. Da war Grant! Stopp, Kapuze! Wo war Grant jetzt rausgeworfen? Was war das? Nancy? Ne Smoke. Oh, nein! Was war'n das? Haha! Was war'n das? Wir sind im Fahrstuhl, wir sind im Fahrstuhl. Oh, wie war das denn? Erli? Ja? Was zum Teufel war das? Ich hab' gesehen, dass Dardosch eingekauft hat. Erli, was zum Teufel war das? Ich hab' ich Angst, dass Dardosch eingekauft hat. Erli, was zum Teufel hast du gerade mit mir gemacht? Boah, und dann erzähl' mir, dass du noch mal eingekauft hast. Guck da runter! Detektiv, sie sind da drüben! Guck da runter! Da liegt jemand mit der Portalgun. Ja, siehste. Weil, ähm, das Portal... Gramps war'n zum Abschuss! Hier unten wird ne Leiche! Ich hab's trotzdem gesehen, dass du da einen gekauft hast. Gramps? Wo ist der kaputt? Wieso ich denn eingek... Ich hab' voll dicht die ganze Zeit! Ich hab' Angst vor Crabs ein bisschen. Ja, ich hab' doch hier unten geguckt! Ich weiß'n! Nein, du hast schon viel... Ach wie, früher, als du da durch die Jägel gegangen bist! Ich hab' jetzt gekillt! Crabs, das macht deine maskuline Art! Ja, da steh'n! Ja, da steh'n! Merk' dir das mal und dann warten wir mal auf meinen, ähm... Mein Status ab! Dadurch ist es auch! Vorher! Wo ist der Grenz? Ey, da wurde grad' geschossen! Da wurde grad' geschossen! Jetzt aber nicht! Seid ihr jetzt alle weg? Ey, da wurde weg! Da wurde er geschossen, glaub' ich! Ey, Eisley, Eisley! Weh, weh, Eisley! Ich lache! Er ist auf mich! Raus! Ich bin's nicht, Leute! Hallo! Was willst du? Das ist unfair! Man kann dich nicht killen! Ich werde in der nächsten Runde wieder sichtbar sein! Ja, aber jetzt diese Runde! Wenn du Trait hast, das ist mega sozial! Dann hätte ich schon dich erschossen! Einfach, weil du mich nicht siehst! Jeder andere sieht mich ja! Eisley hat eine Banane! Nee, da ist schon wieder gestorben! Jeder andere sieht mich ja, außer dir! Oh! Da, lauf, lauf! Schieß gegen alle ab! Nein! Au! Hey! Ihr seid doch verrückt! Habe ihn, habe ihn! Habe ihn, habe ihn! Warte, bitte, bitte! Willkommen! Nein! Wer ist denn jetzt? Eisley hat mir den Rücken geschossen! Ist er nicht tot? Warte, 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 warte! Der Deathringer geht nicht, oder? Nein! Auch der Deathringer! Kapuze Eisley! Kapuze Eisley und Thanos! Warte mal! Geht, ist er wieder anders! Warte, 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 warte! Warte, 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 warte! Warte, 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 warte! Ich bin auf mich! So! Ich werde abgeschossen! Okay, Eisley, Eisley confirm, Eisley confirm! Ich habe noch Darnwur erschossen! Eisley confirm! Können wir hören wir erst mal! Das war ja nicht! Hä, was ist denn hier los? Warum schießt du auf mich? Oh Gott, was war das denn? Hä? Was? Hau ab! Hau ab! Nein! Kannst du den wiederbeleben? Du bist ein Traitor! Ich weiß das! Du bist ein Traitor! Traitor! Scheiße, ich wollte da nicht sprechen, ey! Traps war Traitor! Ich war verwehrt! So gestanden, vor dem die sie eingekauft haben! Oh Kapuze! Adano, warum hast du noch nicht geschossen? Ja! Nachdem du Gramps erschossen hast, hast du den Goro getanzt! Hä, ich habe nicht Gramps erschossen! Nein, ich habe die ganze Zeit gesagt, ich bin es nicht! Ich habe in den Raum reingeguckt, da standen drei Leute drüben! Ich habe nur Scheiße gesagt! Ich habe doch geredet! Die ganze Zeit! Ich habe gesagt, da hast du kaputt! Nein, ich wollte dich ja trollen! Du hast es confirmed, dass du es warst! Ich weiß! Zum Glück hat es keiner gesehen, dass sie mich selbst in die Falle gefordert haben! Weil ich habe dich eigentlich nur runtergeschossen! Ich weiß nicht mehr, irgendwann habe ich mich geballert! Irgendeiner musste den Gnadenstoß, glaube ich, gegeben haben! Du hast ja auch mich geballert! Ich habe nicht, ich habe nicht... Ja, siehste! Ich habe auch gesagt, kaputt war es doch! Ich habe das auch gesagt in der Runde! Ja! So, jetzt bin wir dabei! Ja, ja! Eben, ich habe nichts getan! Hallo! Das entscheide ich! Hallo! Hallo! Nein, ist er nicht! Ja, der hat einkauft! Ich bin Traitor! Traitorgang auf! Oh, shit! Drück den Knopf! Oh, shit! Drück den Knopf! Drück den Knopf! Oh, oh! Den kann man nur als Traitor aufmachen! Wer ist es? Ach, ich bitte dich! Grenz ist confirmed! Oh Gott! Kaputzer hat mich letztes Mal deswegen abgeknallt! Der hat hier geschossen! Kaputzer hat ihn abgeknallt! Der hat Kaputzer gerade auf mich geschossen! Habe ich nicht! Habe ich nicht! Ich glaube, hier wurde ja der Goro gemacht! Ich habe die Küche zerstört! Haha! Warum? Junge! Junge! Kürz! Hui! Du bist aber eh artig! Brrrr! Hier! Wer ist es? Der ist nach oben gelaufen! Nach oben oder den Knopf! Das ist ein Traitor! Nach oben oder den Knopf! Das ist ein Traitor! Ich bin mein Kapuze! Da ist ein Traitor! Der ist nach oben! Da geht die Treppe hoch! Los! Das ist ne Falle von ihm! Da ist ein Traitor! Mit Gaming! Hast du gerade versucht uns ein Popkill? Der ist oben oder im Keller! Oben oder im Keller! Der hat nen Held! Ja hier oben ist nur Eisley! Hier oben ist Krabs! Na ja ich war hier grad hoch gegangen mit dem Hufvogel! Ist oben der Keller! Hier oben ist Eisley! Komm wir hauen Eisley! Die ist der Lüftungsschacht oder? Schlagt sie! Moment! Ihr kommt im PC! Hab dich bereit! Ich hab keinen Bock mehr! Es ist mir zu stressig! Ich schließe euch ein! Eingeschlossen! Ha ha! Hey Dalu ist es Dalu ist es Dalu ist es! Leute Dalu! Vor mir kommt grad nix! Ach deswegen ist das ruhig! Ey Kapuze hat Eisley getötet! 12 Abschluss! Ich hab den Early! Ich hab Keller! Leute! Ich bin im Keller! Es ist Dalu! Mit Gaming hab mich da einfach angeschossen! Du hast da auch auf mich geschossen! Er ist da drin! Das ist ein Fahrstuhl! Ja der führt mich an! Ich hab's gesehen! Es ist Dalu! Es ist Dalu! Hast du Schaden bekommen? Ja hab ich! Da drin ist er! Mach auf! Mach auf! Mach auf! Mach auf! Mach auf! Da ist er! Mach auf! Mach auf! Mach auf! Mach auf! Habt ihr ihn jetzt erlegt oder läuft er immer noch rum? Ja ich bin tot! Okay! It's on! It's on! It's on! It's on! Das ist es on! Holab! Nils ist confirmed inno! It's on! Hä? Für Nils ist auf! Oh er heilt sich weil Nils so krass fällt! Wieso ist der Traderon gerade einfach aufgegangen? Weil da Dalu immer noch drin ist! Hallo! Guten Tag! Dann bist du's doch auch! Dann bist du's doch auch! Es gibt aber zwei! Der zweite ist Granks! Überall wo ich will! Wieso bin ich es? Dann bist du's! Wir hätten es so ankündigen müssen oder müssen wir es nicht mehr ankündigen? Doch hätten wir! Aber haben wir doch auch! Ich hab doch gesagt wir machen das jetzt! Anfang der Runde! Granks ist im Abschluss! Nee halt stopp! Das ist im Falle von Dalu! Nein! Granks gibt's doch jetzt auch zu! Du weißt du das nicht! Ja okay ich geb's zu ich bin kein Trader! Okay! Erst scheint er! Hallo! Tod! Ja das ist Dalu ist es klar! Er ist gehörtet! Ist jetzt im Zwischenraum bei den Büros glaube ich ist das! Er hat das Handy in der Hand! Ist das Beweis genug dadurch? Hast du ihn getötet? Ja! Wahrscheinlich schon! Da! Ist die Leiche da! Jetzt kannst du dich mit Mcfly duellieren! Halt ne! Crabs lebt auch noch! Echt? Crabs lebt auch noch! Ich hab auch dato geschossen also! Aber warum hast du denn nicht hier? Ist das wirklich Crabs? Ja oder Mcfly? Das kann auch sein! Crabs rede ich schon die ganze Zeit nicht ne? Flipsen oder grabflipsen? Bin bei Mcfly! Mit Kekse! Aber ich will auch Kekse! Jo Mcfly! Ja! Komm ja nicht so nah! Halt! Wo bist du? Nein das ist Crabs mit Mcflys Identität oder? Na ich bin oben auf dem Dach! Okay! Und da ist gerade jemand im glaube ich mit dem Fahrstuhl verreckt! Friends! Mit Mcflys Identität also! Du bist das Mcfly! Nein! Ich dachte du wärst tot! Kannst du ja gar nicht denken als Traitor! Achso dann bist du Traitor! Ich hab Dalu doch getötet! Deswegen wundere ich mich umso mehr! Ich lass dich nicht auf Crabs Psychospielchen ein hier! Ich hab mir gedacht ich schaff's auch allein! Wollte auch mal im Blitzlicht stehen! Bist du immer nach oben? Nö! Ich lauf jetzt hier unten rum! Ich glaub ich hab die gerade bei der Rezeption gesehen! Bist du es wirklich nicht? Ich bin's wirklich nicht! Kann ja nicht sein! Du musst noch irgendwelche Leichen finden! Jetzt was eklodiert! Oh Gott! Komm raus! Zeig deinen Namen! Wo bist du? Wo bist du? Bei der Rezeption! Ja dann schieß ich bin im Keller! Crabs! Ahhhh! Er lebt! Da lauf ich bestimmt noch hinterher! Wo ist er? Wo ist er? Er war gerade zuletzt in der Dusche gesehen! Ihhh! Aber das muss auch mal sein! Er hat irgendwas aktiviert! Er ist kein echter Gamer! Er fängt mit dem Fahrstuhl! Okay! Ich schneid den Weg ab! Hey du hast mich angelogen! Ich knall dich ab! Ich dachte du warst das! Boom! Oh Gott! Crap man! Nein! Was? Was denn? Ach Scheiße! Ach ich hab nicht aufgepasst! Was war das? Weiß nicht! Oh Gott! Ich hab nichts Leid das Leben gerettet! Das scheiße wird es auch noch benutzen! Der lag da vor dir auf dem Boden! Oh Gott! Das war ne gute Tarnung die ich McFly verschafft habe! Ich seh nur der fällt und dann höre ich nur Greg sagt oh shit! Und dann hab ich lang geknallt! Ich dachte das wärs! Hat er das schon sicher getan? Ohhhh! It's on Nils! In slow mode! Ja mit slow mode zählt das nicht! Ja genau da ist das nicht ganz anders als du hält! Mit slow mode zählt das nicht! Mit slow mode zählt das nicht! Mit slow mode zählt das nicht! Nicht mal in slow mode ist es ja geschafft! Wieso lasst ihr euch denn nicht? Alle anderen werden schon ausgewastelt! Wieso seid ihr nicht ausgewastelt? Ja weil McFly wusste ja dass ich es nicht bin! Ja aber wieso hast du nicht McFly verdächtigt? Ja weil ich wusste wenn McFly schießt gewinn ich das Duell doch eh! Mutige Aussage! Der ist noch heiß! Der kann man nochmal machen! Ne wie den kann man nochmal machen? Da doch schon bist du! Geh weg mit dem! Der ist noch heiß! Der ist noch heiß! Der ist noch heiß! Wer schießt ihn ab? Wer schießt ihn ab? Habe ich nicht. Ja, er hat es noch nicht aktiviert. Habe ich. Habe ich. Grand schießt einfach auf me. Auf me. Auf me. Auf me. Hallo, Ben. Was ist denn da schon wieder? Ey, ey, ey. Early zielt auf dich. Er will dir ein Headshot geben. Camp Granada. Verplügel ihn. Der alte Spanner hat über die Absperrung geguckt, ey. Was ist da oben auf der Türbaum? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Wer hat einen Knife gehabt? Ich bin mir sehr sicher, dass das nein war. Ey, wer hat hier den AGP gemacht? Nils, das war mal, du machst in dieser gebückten Haltung hier in der Messerjocke. Halt, irgendwann. Messerjocke. Haltung? Ihr habt das gesehen? Die muss ich mir gleich nochmal zeigen. Die Messerjocke. Die muss ich mir gleich nochmal zeigen. Die Messerjocke. Das war Eisley. Das war Eisley und Early wollte sie decken. Oh, hier klingelt ein Telefon. Oh, das bin ich. Hey, ist da jetzt weggegangen? Er hat da geschossen. Ey, hier ist Blut. Hier schlägt man ab. Magfly, hast du gerade einkauft? Nein, ich hab mir dein Handy weggelegt. Weil es hieß, das klingelt. Ich dachte nur, oh oh. Aua, ich wurde getötet. Gestuhlt wurdest du? Hast du viel gesehen dadurch. Das ist aber ekelhaft. Bananenbombe! Da Luca, wo machen sie dies? Ich hab da mit nem Stuhl nur geschossen. Da Luca mit Stühlen schießen. Jetzt nun sie bei. Magfly habt geschoppt, ey. Ey, hier war ja irgendjemand im Dead Ringer grad. Ja, ich hab's auch gemerkt. Dead Ringer geht auch nicht. Ja, oder in Anedivis. Haben wir nur gesagt, damit du den nicht mehr kaufst. Hier hat jemand gekauft. Crabsmaß, ich hab ihn geschlagen. Aua, er hat mich auch geschlagen. Hihi. Geh nicht daher dadurch, dass ein Trailer fallet. Ja, ich weiß. Kaput, ne? Oh Gott, geh weg! Ah, du weißt, dass ich das nicht war, das Mann. Was war? Wer ist da runtergegangen? Kapuze, wer ist da runtergegangen? Ich weiß nicht. Hier ist einer. Wo, wo, wo? Den mach ich. Ganz unten? Wo denn? Im Klo. Im Klo? Im Klo. Trader Gang. Geh weg. Ne, ich war das nicht da, das wär ja zu dumm gewesen. Das wär zu dumm gewesen. Ist da jemand runtergefallen? Ist da doch einen gefallen? Vielleicht hab ich ihn reingezogen. Halt, stopp mal dahin. Oh Gott! Oh Gott! Oh, jetzt schubst euch nicht gegenseitig da rein. Das war doch grad da. Ich wusste nicht, dass das offen ist. Wir machen das jetzt. Versuch du drüber zu spielen, ich geb dir aber auch noch einen Schubser. Dann wird geschossen. Du zuerst. Nur wenn du Inno bist. Aber wenn nicht, dann geh ich jetzt einfach. Du zuerst. Ja, aber du musst mir auch... Oh, oh, wer hat die Brand dahin gebossen? Das ist ne echte Turtle, Nate. Ja, ja. McFly. Die will mich umbringen. Die Turtles! Hey, wer war das? Ich bin jetzt aber eingesperrt von den Turtles. Da ist jemand drin, hier ist jemand drin. Wo? Immer auf der Lauer. Genau, ganz oben ist jemand drin. Geh weg da, geh weg da. Ja, der kann sich doch überall hin teleporten. Es tut mir leid. Hast du grad ein Messer gehabt? Oh ne, wo war's das? Ne, wo war's das? Ne, ich glaub das war McFly. Alter, Ali, das war auch in die Intelligenz. Ja, der hätte ihn platziert. McFly hätte mich jetzt... Wieso McFly? Der Besuch, geh weg. McFly ist auf einmal wieder hier. Ich war da hinten im grünen Raum. Er will mit der Menge... McFly muss sich geheilt haben, der man grad noch hört. Also, jetzt reicht's. Okay, wo ist er? Ich werf ne Brand nach ihm. Jetzt kommt die Anschuldigung. Die wollen ja mir immer noch was antun. Ja, die bleiben die ganze Zeit da. Aber die hüpfen nicht. Doch, die is real! Du Heffalump. Du Heffalump. Du Heffalump. Au! Sie frisst mich! Blockt ihn! Du wolltest mich schlagen, weil du weißt ja, ich nur noch einschlagen habe. Stimmt McFly, wieso hast du wieder vorhin schlägt? Echt? Hältst du nur noch einschlagen? Weil ich schon die ganze Zeit vom Problem habe. Du Brand, Junge. Das Brand ist Brand. Das Grand. Du wolltest mich mit dem Impact Damage töten. Das ist ne Smoke gewesen, du Nasewein. Du wolltest mich trotzdem mit dem Impact Damage töten. Die hat kein Impact Damage! Doch! Nein, der Smoke hat kein Impact Damage! Die hatte schon immer Impact Damage. Nein, das ist Wasser mit dir. Die hatte schon immer Impact Damage. Hat die nicht! Oh! Oh! Erli ist tot! Ich glaub ich bin tot! Krabs, Nils und Eisli sind hier. Dann muss es eigentlich wirklich McFly oder Kapuze sein. Ich bin im Keller. Was ist das für ne Ausflussverfahren? Hier rennt Kapuze, ich knall ihn jetzt ab! Ja, ich war! Warum? Weiß ich auch nicht. Im Keller war das? Nein, ich bin im Keller. Nein, ich war in der Dusche. Okay, dann ist er confirmed. McFly ist wirklich im Keller. Er ist kein echter Gamer. Und so wie ich wiegen. Du hast eigentlich jederzeit abschießen können jetzt schon. Ähm, dreimal. Kapuze, Kapuze wendet ihr weg! Hier bin ich dein nicht infizierter Körper! Da war's! 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 Da war's Nils auf einmal, hör! Gibt's irgendwelche guten Waffen? Hab ich doch! Early hat doch bei seinem Ableben noch... Kapuze! Ey, und Nils hat ihn nicht getötet! Eisley! Wieso? Grants, du hast aber auch nicht drauf geschossen! Ich war doch ganz woanders! Du standst direkt vor ihm! Grants ist es auch! Nein, ich hab von der Seite geschossen, McFly, weil ich war auf der falschen Seite. Wer hat denn jetzt Kapuze getötet? Was ist mit McFly? Muss nicht, sie ist es! Okay! Ja, nein! Oh, okay! Oh! 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 Ey! Wow, das war gut von euch beiden! Das sah schön aus! Wir hatten in der Zeitlupe noch synchronisch! Und zusammen runtergesprungen seid! Duk! Ist jetzt die Last Round hier, oder was? Nein! Wer war denn jetzt eigentlich alles Traitor? Ja, Kapuze! Kapuze, das war ja logisch! Ja, hab ich aber gut ausgeschlossen mit Kapuze eigentlich! Das kannst du doch den Zuschauern nicht antun! Früher gehen die Runden auch immer 45 Minuten! Wer war denn im Traitor-Room? Kannst ja zwei zusammenschneiden! Ich schneid schon mal gar nicht! Nee, jetzt soll eh nicht hoch! Ich schneid schon mal gar nicht! Ich schneid schon mal gar nicht! Ich muss da jetzt Row 4 noch hochladen! Ich muss gar nichts! Das sind extra Folgen! Das sind Special-Folgen, Leute! Nein! Ohhhhh! Wo ist Craps? Wieso wieder? Ich war es noch gar nicht! Oh Gott, da ist ja die Freude! Alter! Wer hat hier nach Dalu geworfen? Ey, du hast es gar nicht gemerkt! Keiner kommt hin! Okay, warte! 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 Ja, hier läuft alles aus! Warte! Schlagt ihn! Ey! Ey, hier ist doch ihn getötet! Jetzt hat er Zeit! Hä? Wer hat hier geschossen? Wer hat hier geschossen? Wer hat hier gekühlt? 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 Ich habe erst Dalu abgeschossen und rechts daneben. Dalu hat Bananenbogen hinter dir. Ich war nicht traurig! Okay, da will ich nicht dabei sein! Wir fahren weg! Was? Puh! Also pass auf! Ich habe Dalu erschossen, damit er seinen Schreibtisch ausräumen kann! Das ist nicht meine Waffe! Dann wurde Franz von Early erschossen! Ist ja nicht so geil! Warum auch immer! Dann bin ich Early erschossen! Ey, Eisling rennt da gerade raus! Was? Ja! Okay, bis jetzt kommt 5 oder? Ja, die wurden schon alle von jemand anderem geworfen! Aber die Bananenbombe hat auch jemand geworfen! Ja, genau! Bananenbombe? Ja! Wir haben gerade vor uns eine Bananenbombe in den kleinen Raum! Ich habe schon deutlich gemacht, dass ich kein Traitor sein kann! Wie? Hast du das gemacht? Du hast zwei Indus getötet? Ne! Dalu wurde ja gar nicht konfirmt! Warte mal! Dalu wurde nicht konfirmt! Aber du hast gesagt, du hast ihn gekillt! Ja! Habe ich! Aber wo ist dann auch Dalu zu konfirm? Er ist ja nicht da! Ne, die waren im Fahrstuhl! Ach, dann ist er aber wieder mal runtergefallen! Da ist McFly! Ja, werden wir es halt lieben! Er muss aber nie sein eigentlich! Dalu ist glaube ich in den Boden gebackt! Ja, wenn der im Aufzug ist, dann backt der immer runter! Das kann sein! Dann fällt der ja da! Der Aufzug! Ja! Huia! Außer man trifft den jetzt natürlich! Der läuft irgendwo rum, ne? Dann bist du so ein bisschen... Hu! Ein kaputten Jones tue ich auch noch nicht so gut! Ich trau's dir nie! Aber Dalu kann kein Traitor gewesen sein! Weil du keinen Köln bekommen hast! Aber Nils sagt, er hat er gekillt! Ja, habe ich! Aber das, weil er gesagt hat, dass sein Schreibtisch gerade überläuft! Mit Energy Drink! Warum hast du dann gekillt? Damit er seinen Schreibtisch so trocken ist! Das ist irgendwie nett! Das ist nett! Hey, ne! Pass auf, gut! Pass auf! Außerdem habe ich ihm einen Siegel-Headshot gegeben! Ja? Er hat sich ja auch nicht bewegt! Dann musste ich seinen Eierne Schreibtisch aufhalten! Du hast ja wohl gerade den Goro getanzt! Nein! Bist du gerade hinter Dalu gestanden? Ich wollte ihn schubsen! Ja! Eben! Hier ist doch einfach nur der Boden! Siehste? Na? Hast du was gefunden? Dardoch ist es! Dardoch? Das ist Kapuze! Kapuze ist es! Dardoch ist es! Ja, schieß auf dich! Er ist weg! Kapuze ist es 100 pro! Keine Ahnung! Ich mache jetzt! Wer ist es denn jetzt? Es ist 100 pro Kapuze geworden! Es ist Dardoch! Es ist 100 pro Kapuze geworden! Es ist Dardoch! Ohne Scheiß! Er hat doch die Falle! Kannst du die DNA nehmen? Backfly hat doch gesagt Dardoch! Was? Das war Good Gaming! Das war Good Gaming! Sorry! Ich wusste doch nicht, dass ich tot bin! Kapuze ist tot! Dardoch ist vor mir! Dardoch ist es nicht! Es war Kapuze und er ist tot! Eisli! Ja Mensch! Was? Dann haben wir es ja auch geklärt Eisli! Was? Was denn? Du bist letzter Traitor! Wieso? Weil Dardoch doch gerade Kapuze beschuldigt hat! Ja Maxi! Was ist mit dir? Hey! Bin ich da mit! Ich bin inne und ich weiß das! Komm! Kann ich dich als was schießen! Wenn wir sonst nur nie... Erst gewusst hätte ich dich wiederbeleben haben! Ja auch sagen wir mal schon richtig! Oh warte mal! Maxi ist es! Warte mal! Was ist hier denn? Was heißt Slot 8? Was ist Maxi? Das war ich hier kurz in den Augenblick! Wo bist du? Oh da bist du! Noch nicht töten! Okay! Warten wir! Ja! Einmal noch warten bitte! Ich hab noch Slot 8 ist doch... Den Kai nicht wegwerfen! Ja! Nicht töten heißt du dann! Was? Ich hatte gesagt erst noch nicht! Ich wollte Dardoch wiederbeleben aber das ging nicht! Das ist Maxi! Icy ist tot! Wo ist er? Dann confirm sie! Okay warte! Da! Er ist aber irgendwo weg! Ich bin der Kai, wo bist du? Aber treffen wir uns irgendwo und suchen den? Hm! Wo treffend? Was? Lobby! Maxi! Wo ist der Herr McFly? Bist du schon in der Lobby? Ja! Nee, bist du nicht! Doch! Wo ist der McFly? Wo bist du? Ja! Hast du ein Radar? Nein! Ach Scheiße! Doch ich hatte ein Radar und ich hab gerade auf dich geschossen! Bis dann Leute! Tschau! Tschüss!